Das Skifahren unter dem Sternenhimmel hat einen ganz besonderen Reiz. Auf der beleuchteten Ochsenweide-Piste im Sörenberg fährt man vorbei an dunklen Wäldern und verschneiten Wiesen, die im Mondlicht schimmern. Diese abwechslungsreiche Piste ist beliebt bei Ski- und Snowboardfahrern. Sie ist direkt an der Hauptstrasse beim Kässtübli Ochsenweide und ist vom Gratis-Parkplatz aus in wenigen Schritten erreichbar. Am besten gönnt man sich dort vor oder nach dem Pistenerlebnis einen echten Enkei-Bucher-Fondue-Plausch. Am Mittwoch und am Freitag haben wir das Nachtskifahren mit dem Fondue-Plausch. Das Angebot kostet nur 8,30 Franken, kann man direkt bei den Bergkanen lösen und anschliessend bei unserem möglichen Kässtübli essen. Wir haben Oberbergkäse, sehr gutes Fondue, dazu sind wir süre-geschwellte Fondue-Brot, Ananas, saure Früchte, ein Kirsch zum Dunkeln und Weisswein. Und am Schluss gibt es für jeden eine Überraschung. Das Nachtskifahren ist jeden Mittwoch und Freitag bis am 13. März. Die Piste ist offen vom 7. bis am 10. Nach diesem besonderen Schnee-Erlebnis kann man den Abend im Kässtübli noch mit einem Dessert und einem Echt-Enkei-Wocher-Kaffee ausklingen. Ja. 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 Ja.